Hi, ich bin Samira von Black Pound Drinks und darf euch heute unser Bio-Brandy Artwerk vorstellen. Hierbei handelt es sich um ein Bio-Brandy mit 40 Volumenprozent aus dem Rheingau. Dieser wird bei 30 Grad vakuum destilliert und zeichnet sich vor allem durch sein fruchtiges Aroma nach getrockneten Früchten und Vanilla aus.